Hallo mein Lieben, ich bin heute zu Besuch beim Spiel FAIR gegen Duisburg, im letzten Spiel hier in der Bändler-Arena. Ich war ja zwar schon letzte Woche hier beim Heimspiel, beim Sieg von Sandhausen von meinem SCP, aber heute mal ein bisschen anderen Fußball gucken, dritte Liga richtig hoch, spannenden Fußball. Für FAIR geht es noch um viel, heute eventuell die Klasse zu halten, sogar noch zwei Plätze hochzurutschen, aber auch noch eventuell abzusteigen. Duisburg wird bestimmt auch ordentlich Fans mitnehmen, das wird bestimmt ganz cool werden und freue mich sehr in der Bändler-Arena heute zum letzten Mal im Namen des Stadions Bändler. Bald heißt es Home Deluxe, also es wird spannend. Ich freue mich mega und ich nehme euch mit und viel Spaß. So mein Lieben, jetzt habe ich Platz genommen, geht gleich los, eine halbe Stunde noch. Toyota von Duisburg und FAIR machen sich schon warm und freue mich, wird spannend. Wie gesagt, für FAIR geht es um einiges, heute in der Bündler-Liga zu bleiben natürlich auch und auf ein spannendes Spiel. Wie gesagt, für FAIR geht es um einiges, heute in der Bündler-Liga zu bleiben. Wie gesagt, für FAIR geht es um einiges, heute in der Bündler-Liga zu bleiben. Wie gesagt, für FAIR geht es um einiges, heute in der Bündler-Liga zu bleiben. Wie gesagt, für FAIR geht es um einiges, heute in der Bündler-Liga zu bleiben. Stoich! 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 Neuer Spielstaden SC Moment! Nun! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.